So Leute jetzt sind wir hier. Jetzt stellen wir hier erstmal an. Dauert eine Weile. Eine riesen Schlange hier was hier abgeht. Ich glaube ich bin als Schneemann dann drinnen. Absolut krass was hier abgeht. Jetzt sollst du wieder warten, eine Stunde, Stunde warten oder so. Da war ich nicht mehr dabei. Da war ich nicht mehr dabei. Ich hab hier ein Skelett mit dabei. Ich zeig mal kurz das Skelett. Warte mal. Seht hier gruselig aus. Hört ein Geräusch. Gut Leute, heiße. Bis dann. Ciao, ciao.